Hallo und herzlich willkommen bei den Kamerjägern! Dann machen wir das nicht so schnell. Auch wenn die Zombine da schön ans Fenster steckt, natürlich willkommen bei den Kamerjägern. Ich bin natürlich auch wieder dabei. Unter anderem aber auch die drei, die in einer anderen Richtung sind. Ich muss die Zombine mal nebenbei ruhig stellen. Proximus Prime. Abend. Und die Regenbogenmaus. Servus. Oh, das ist noch ne Sau. Und auch der Despronix ist dabei. Gute Nacht. Okay, der Despronix legt sich schlafen. So wie die Zombine. Achso, hab ich dich gerade erschlafen. Okay, das könnte natürlich einiges erklären. Du schlägst auch immer so gegen die Fenster. Gut, äh ja. Ich mach den Safe mal auf, ne? Du schlägst doch immer so aus! Ich geh mit der weg! Ich will das alles behalten! Ach komm. Die kommt weg! Das geht aber noch um Vielen Dank, das halten Neh mal den So Ich unang mich immer wieder Abends, wenn es dann klappt, wenn ich mich umziehe, dann ist das bestimmt Ihr habt euch lieb Ich weiß So Ist alles gut bei euch? Ihr seid so ruhig Ja Meistens immer so ein schlechtes Anzeichen, wenn man es so ruhig ist I am a bloody Mary gerade Ich hab die blöde Sombine hier gehauen Und infiziert Ja, ich bin auch infiziert Infiziert? Yes Wo bist du denn? Hinter dir Äh, gibt es hier irgendwas zum reinlegen? Ähm Den Mund aufmachen, dann kannst du es reinlegen Ja, klar Empfange den Leibkottes Da vorne läuft doch was rum zum reinlegen Das ist ein Nest zum reinlegen Und jetzt, Nest ist natürlich noch besser Was hat denn der bei sich? Nix Äh Mal gleich mal was anwerfen Willst du Honig oder? Das ist mir egal Ja Ist ja ganz frisch Also von dir Genau Frisch geerntet von den Bienen Äh Das lohnt's Nein Nein, stoppt das lohnt sich nicht Möchte ich mal eher Äh Jetzt 1441, Aldor, ne? Nur zur Info Ja So, wegen Rückweg Ach, ja, zur Not komme ich am nächsten Tag zurück Oder so Oder jemand kommt mir entgegen, weil ich so viel mitzuschneiden habe Wir könnten natürlich vorbeikommen Regenbogenmaus, meinst du? Ja, wir sind doch selber voll Ja, vielleicht können wir ja auch noch drei Stacks mitnehmen Hm? Wir müssten sowieso in die andere Richtung Und noch In welche müssen wir Also ich dachte, wenn ihr zu Hause ausgeladen seid, könnt ihr Ach so, ja Dann wird es aber wahrscheinlich schon 17 sein oder so Ja, am nächsten Tag Dann nutze ich hier noch Adorn Puddel dich an Ja, jetzt wird's wieder Jetzt wird's wieder steil So, welchen Scheißladen haben wir denn jetzt noch nicht? Ha? Wie schnell die heben Also wir gehen ja jetzt nach Hause, oder gibt's noch die Scheiße? Gehen wir nach Hause, oder? Ah, okay Pillenladen, ne, das trifft sich doch Übel steil Gib mir nen Pillenladen, gib mir nen Hund Da ist noch ein Nest Dann läuft alles rund Ja Boah, mein kleiner Finger schläft weg Kleinen Finger abzugeben Äh, geben gegen neun Ähm, ja gut Die spawnen hier gerade erst alle drinnen Das finde ich nett Das ist, äh Boah Was hat denn? In dem kleinen kleinen Raum? Was macht ihr denn da? Ihr seid doch alle Männer nicht Total verlassen, gibt's denn sowas? Keine Fantasie? Keine Fantasie? Leer Äh, ne manches will ich mir nicht Oh, hier sind noch Bullet Casings Oh, hier auch Dann gib mir die, oder? Dann nimmst du die, mir wurscht Nee, ich hab keinen Platz mehr, ich hab überhaupt keine Platz Und dann nehm ich die Oh, 33 sogar, dann haben wir jetzt 36 Oh, hier ist Leer Hier ist Leer Hier ist Leer Geht sterben Leer Schrein mich immer Oh, und immer noch die Lappen mit, ne? Lappen Genau Die Lappen Und die Eiletten Und die Ästen Ist Estländer Oh, das war das So, wer kennt sich mit Antibiotika aus? Inwiefern? Ich kann doch auch ohne Chemiestation Antibiotika herstellen, ne? Ähm Joa, gute Frage Okay So sicher, wenn jemand da jetzt Ah, ich brauch die Frage nicht mehr beantwortet haben Ich hab eins gefunden Nein Ah, perfekt Vielen Dank, danke Ach so Ja, kann man also In einem Feuerchen mit einem Beaker Siehst du, einen Beaker hätte ich nicht mehr, ne? Frage ist natürlich, was ich schon alles brauche Aber da muss ich dann gleich mal gucken Danke, Marike Nein Mei, ist das hoch? Joa Ich hab immer noch so einzelne Okay Quadrate oder so Linien So breite Teile vom Wasser, die schwarz sind Ähm Ich glaub da lädt das gerade erst Ja Oder wie auch immer Leicht mysteriös Oh, hier ist ja ganz schön viel Knäbel, ne? Hier oben ist keiner Oder spawnt hier plötzlich einer Also der Pillen, der kleine Pillennaden ganz oben drauf, der lohnt sich kein bisschen Was hast du in der Küste drin gehabt? Ähm Goldnuggets, Silbernnuggets und 130 Schuss Ja, komm her Lass mich verkaufen Ne, die geh ich dann Hm Bist du jetzt nicht weg beim Händler? Ja Da brauchen wir auch Wasser sein In der Chemiestation Ja, ja Ich geh stark Toll Okay Okay Ähm Uhuhuhu Protessium auch noch Oh Hä? Lass dich wirklich gucken, ob ich da noch was hab Aber hier gibt's ja noch einen Pillennaden Nehmen wir den auch noch Bleiben wir über Nacht So schnell werden die Zombies sonst hier nicht los Achso, der ist hier schon Hallo? Wollt ihr jetzt auch gerade erst? Hm Oh Ah Oh Hey Kommst du von der Seite angelaufen, ne Mädel? Warum bist du draußen, kippst gleich um Oh Oh, guck mal, der ist ja so exponiert Uah Hui, Höhle Höhle? Oh komm Ja, schon wieder ne Höhle Oh, Regen Du kannst den Kopf doch auch so treffen Ui, schon, Pirate Mach ich dir mal Hm Wann darf man da weg Schwierige Entsteilung Boah Jetzt haben wir hier aber Suppe Ja, bei mir auch Da sieht mir ja keine Hand mehr vor Augen Extreme Suppe Oh, schon blieb Boah, die Cowboys, ne? Die gehen ja richtig ab hier Ja Da hast du so viel Dynamit gegeben Ja, hast du so viel Dynamit Ja, hast du so viel Dynamit gegeben? Ja, hast du so viel Dynamit gegeben? Ja, hast du so viel Dynamit gegeben? Wo ist denn hier der Eingang? Richtig geil 15 Thanks, buddy Ja Ja Despro Gehen wir hier jetzt auch noch hoch Einmal Warte, ich hab keinen Platz Hm Ich hab grad verkauft Ein paar Sachen Aber irgendwie trotzdem kein Platz Ja Komisch Ach, nur Mensch Guck mal hin Ach, was könnt ihr So, ich werd's Heizen Heizen Also ein Zwei Stacks hätt ich noch frei, wenn man was geben willst Oh, you wanna guarantee Gibt zwei Stacks frei zum Aufnehmen Ich hab jetzt kein Wort verstanden, weil der Typ dazwischen gelabert hat Das ist schön Gibt zwei Stacks frei zum Aufnehmen Ja Gut Äh, die Munition behalten wir aber, ne? Waren da nur die Nuggets drehen und die... Ja Das war's? Ja, hätt ich sie hier reingeschaut, hätt ich mehr gehabt, ja? Wahrscheinlich Ah, ja Nächstes Mal fragen mich, ja Hm Geier Nächstes Mal fragt den Geier Hm So, ab nach Hause Ich hab kein Life und kein Essen und kein Trinken Au Scheißgeier Ich hab Essen und Trinken Hab mich erwischt Oh, das ist doch so ungünstig Hä? Darunter? Darunter hopsen ist glaube ich nicht so prickelnd Ja 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 Ganz schön Ja noch Niedereinfiziert? Ja noch Nä jetzt echt Doppelpech Ja, das ist halt ein Doppelpech jetzt drauf an käme das sind doch eh gleich zu hause ja wir checken dann die biotikum hält der länge ja oder kohle 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 ja genau die kohle war mein verhängnis ich muss hier morgen noch mal hin oder gleich noch mal oder wie auch immer da sind hier schön 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 oh ja warte mal oder verblute ja wenn man wenn man nicht hat er irgendwas vernünftiges dabei hier ist aber sehr ausdauernd hier ist er ja was oder wie immer nur hier ist noch kohle 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 und hopfen sieht aber kein buch ja gut hopfen sieht es schon mal haben wir schon mal gut ne ja war leider kein buch da brauchen wir die was brauchen wir hopfen ja wenn du kein Bier trinkst ist das eine sache aber wir trinken gerne mal ein Bier eben bei dieser alkoholiker da wenn schon dann schon hallo dann nehme ich auch lieber ein käffchen hier ist schon mal ein schönes aber der käffchen ja der braucht hydraulisch äh denkst du wasser ja nicht nur das der geht auch mit der wellness runter nein mein kleiner ich habe lex das erinnert mich an schnitzel so dann gehen wir jetzt noch hat jetzt wir eigentlich fleisch ich hab noch was ja ich 20 stunden also zum essen oder was jetzt oder so direkt ein Hirsch achso hydraulisch ja brauchst du jetzt noch was zu essen Despro trinken wir sind doch eh gleich da na dann so jetzt laufe ich hier gegen ja wo waren wir halt da fahren wir hier noch gar nicht drin oh da muss man hier auch rein ich hab ein Standbild ich hab ein Standbild ich hab ein Standbild ich hab ein Standbild ich hab ein toten Zombie ja du bist auf der Stelle du gehst auf der Stelle du gehst auf der Stelle oh ja macht ein Wundro einmal besser mal hier stehen stehen scheiße 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 blöd was bin ich blöd why oh mein Gott ja das sind echt geile Aufnahmen mit Strandbildern und so ähm ich hatte grad nen Hund ja äh nen Sleeper Hund man wollte zur Pistole wechseln und schießt einmal mit der Pistole irgendwie in der Luft ja ja der wacht auf ne oh ja nett äh ja mein Gott ey das ist dann Karma ne das ist das war ein Jagd auf Karma ja oh Aua was tut denn mit mir hier so geht doch nicht jetzt stehst du immerhin mal still oh oh Hunger du auch noch Stichwort geht noch so wir haben hier die halbe Butzhausen eine Menge genommen braucht man nicht nehm mal einen Moment ähm äh startest du ein Rechner neu das braucht oder das? nö ok ha mein ist nur so ähm wo dann? alter immer noch Standbild oder? jetzt sehr gut nochmal runter hier ey bist du behindert Computer jetzt? jetzt bewegst du dich wieder nicht also auf der Stelle mhm ja das ist natürlich nicht so fein jo sind noch so ungefähr 120 Meter bis zur Basis ja was soll ich machen? ah jetzt bewegst du dich wieder hey da würde ich mal sagen schnell ausleeren und dann neu starten ne? jetzt bewegst du dich wieder nicht? echt? hätte ich grad nicht gemerkt jetzt hängst du ach ja die war auch kaputt ne? ich krieg hier nur kaputte Chemiestationen ne? oh alter ich hab kein fressen ich hab kein trinken ja und jetzt nicht lecks alter ähm die war hier auch noch nicht drin wie viel leben wuchs hier noch? ach modern ui was ein schön schon wieder schon wieder oh was war das denn für ein Geräusch? ui komm mal her doch jetzt reicht's ein ähm oh ritsch oh ritsch oh na gut jetzt bräuchten wir uns niggers ne? haha jetzt n oh das ist ne oh funktionierende werkbank das ist cool und dann mal nach hinten raus oh ach man war zu spät gescheckt hier ah digga hier hin leg dich hin und schlaf so ach mein gott ah cool base hm? da ist ja unsere base ja ja ach hier hinten ist ja gar kein wasser aha ok brauchst du was? nee ich wollte die gläser halt schon mal auffüllen achso chille naja ich kenn grad noch nicht immer meine Aufnahme stoppen oder das ist so hure geiler alles ordentlich aufgehängt ach funktioniert nicht 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 schweiß den pc weg ich schweiß den pc weg schweiß den pc weg doch normalerweise doch normalerweise doch normalerweise nur wenn du sie nicht alle erwischt hast ne 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 wenn du den netzen erwischt könnte es passieren aber äh in jedem Haus in jedem Haus ist gerade ein bisschen viel theoretisch eine Maus die kommt ja raus theoretisch praktisch können wir jetzt die Folge beenden weil wir wären im prinzip soweit von der zeit her wären wir wären wir ich hab's schon beendet noch nicht ganz sicher dann kannst du noch einen Moment warten du bist dir nicht ganz sicher ob jetzt alle wirklich nachgespawnt sind oder was nein noch ich steh noch nicht ganz sicher achso ah warte jetzt ok dann beenden wir die Folge hier und sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss